Hallo liebe UIA News Freunde, ich bin es, dieser Paul, von dem ihr schon so viel gehört habt. Wir haben gedacht, wir probieren einfach mal was Neues aus und ich stelle mich jetzt vor die Kamera und präsentiere euch die News der vergangenen Woche. Jetzt will ich auch gar nicht so weit viel drum rum reden, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den News der vergangenen Woche. Inc.com hat eine Liste erstellt der 5 mächtigsten Frauen der Videospielbranche. Mit dabei sind unter anderem Julie Uhrmann, ihres Zeichens CEO von UIA Incorporated, sowie Kelly Santiago, welche seit neuestens für die Entwicklerkommunikation zuständig ist. Kelly Santiago hat unter anderem That Game Company mitgegründet, welche für Flower Flow oder Journey verantwortlich waren. Wer noch alles auf der Liste steht und weitere interessante Informationen zu Frauen in der Videospielbranche, könnt ihr auf unserer Seite nachlesen. Der Link zu dem Artikel ist in der Videobeschreibung. Und da ist er wieder, Bob the Games Guy. Diese Woche hat er drei Spiele für uns im Petto, als da wären Dub Wars, Deep Dungeons of Doom und Save the Puppies. Das sind drei relativ unterschiedliche Spiele. Interessiert ihr euch für die Spiele und wollt mehr über die Spiele erfahren, könnt ihr euch gerne auch das Video von Bob the Games Guy in der Videobeschreibung anschauen. Der Link, wie gesagt, unten hier unter diesem Video. Und da ist es nun endlich unser erstes Video zur UIA. Andreas hat es geschafft und sich vor die UIA gesetzt und für euch das Menü von der UIA mal genauer unter die Lupe genommen. Was genau ihr von dem Menü zu erwarten habt, welche Unterpunkte es gibt und wie das Spiel Cannaval auf den ersten Blick wirkt, das zeigt euch Andreas in dem Video, welches natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und keine Woche vergehen natürlich ohne ein schönes neues Diagramm von dem UIA Team, welches besagt, wie weit der Versand fortgeschritten ist. Diese Woche haben wir ein schönes Diagramm mitgebracht, was zeigt, dass der UIA Versand 80% der ganzen Uias beträgt. Das Update brachte weiterhin mit sich, dass einige UIA Teammitglieder derzeit in China verweilen, um mit diversen Zulieferern und Produzenten Gespräche zu führen bezüglich der Software- und Hardware-Verbesserung der UIA für die Zukunft. In Bälle wird die E3 in Amerika wieder starten. Passt dazu hat UIA nun verkündet, dass sie einen Stand auf der E3 haben werden. Das Ganze wird vor den Hallen der E3 geschehen, das heißt man hat ohne Eintrittskarte ebenfalls die Möglichkeit, die Stände von UIA zu besuchen. Dazu hat das UIA Team sich nun wieder an die Spieleentwickler gewandt, denn diese Spieleentwickler haben die Möglichkeit, ihre Spiele bei diesen Ständen vorzustellen. UIA sponsert dafür ein komplettes Paket, womit man diese Spiele vorstellen könnte, das heißt Videobildschirm, UIA, Stand etc. Alles weitere dazu könnt ihr natürlich auch auf unserer Seite nachlesen. Natürlich ist der Link auch in der Videobeschreibung, wie ihr es gewohnt seid. Und das war es auch schon wieder mit dem Wochenrückblick für diese Woche. Hat es euch gefallen, das neue Format so ein bisschen auszuprobieren? Wir wollen ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. Wollt ihr lieber das alte Format wieder, wo ich vor dem Rechner sitze und den Offtext nochmal einspreche und ihr schöne Bilder dazu habt? Oder gefällt euch das neue Format besser, wo ich ein bisschen herumrede und euch ein bisschen vor der Kamera das Ganze präsentiere? Eure Meinung dazu würde uns brennend interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr es weitermachen sollt. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gebt sie uns bitte. Das Ganze ist natürlich noch recht neu, das heißt, wenn jetzt alles noch nicht so ganz rund läuft, dann liegt das daran, dass das jetzt der erste Versuch ist, dieses Format so ein bisschen umzuwandeln. Aber das wird sich im Laufe der Zeit bestimmt auch ändern, wenn wir dann das Format beibehalten sollen. Wollt ihr abdelete bleiben und immer erfahren, wann die neuen Videos rauskommen von uns, dann könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von uns auf diesem Internet erscheint. Hat euch das Video gefallen, könnt ihr uns einen grünen Daumen dalassen, um uns zu unterstützen. Jeder grüne Daumen, jeder Einzelne hilft uns extrem weiter, uns zu verbessern und weiter zu expandieren, wie man so schön sagt. Ansonsten lasst es halt einfach bleiben. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und wir sehen uns in sieben Tagen wieder. Bis dahin, euer Paul.